Bitte, herein! Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt? Formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals und Beinbruch. Wünsche ich auch. 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 In drei Tagen bei Santo Stefano. Sehr gut. Ich bin da. Falls ihr dann noch leben solltet. Wenn ihr einem Rat wollt, macht das dann weniger auffällig. Äh, Kolo! Ceta ist eine Festung. Wenn ihr das sagt, lebt wohl, Emilio. Katzo, was wenn er recht hat? Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Ich bin bald zurück. Wenn Carlo recht hat, muss ich mir ein Versteck suchen. Nur bis zum Treffen. Dann erledigen wir den Assassino. Er arbeitet mit Antonio zusammen. Das heißt, die Angriffe... Nein. Ich habe zu hart dafür gearbeitet. Das ist mir bekannt, warum die Kapuze. Was versteckt? Ich kenne ihn. Was? Was? Wie? Wache! Wache! Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert, Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch... Es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in Pace. Verzeiht's, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Emilio. Setter ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht. Holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio. Wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der Zehn. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Ich muss einem Treffen beiwohnen. ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020